ist, dass behauptet wird, dass Asher und Meek Mill etwas mit Minderjährigen hatten, die Diddy wahrscheinlich vermittelt hat. Krass. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar habe ich den zweiten Kanal von FlexDoku entdeckt. Und das sind zwei Videos über den P. Diddy-Fall, die mich persönlich selber interessieren. Deswegen ziehen wir uns das jetzt rein auf entspannt. Das erste Video heißt P. Diddy, bald im Knast? Das zweite heißt P. Diddy und Meek Mill Audio League. Cat Williams, Shook Knight und 50 Cent äußern sich. Ich weiß noch nicht, ob ich die beide hintereinander reinziehe. Ich tendiere gerade dazu, aber wir gucken mal. Wir gehen mal in das erste Ding jetzt rein. Ich liebe euch, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Und ich prognostiziere, dass immer mehr von dem Shit in der Entertainment-Industrie auf jeden Fall rauskommen wird. Ich glaube, zu wissen, dass auch so ein Jay-Z und so auf jeden Fall ein paar Machenschaften im Hintergrund am Laufen hat, die bald eventuell exposed werden. Es ist ein wildes Jahr, meine lieben Freunde. Wir gehen rein. Peter geht los. Und los. Jo Leute, was geht? Hoffen wir, alles okay bei euch. Wie vielleicht einige von euch gemerkt haben, wurden die Videos in der letzten Zeit weniger. Da ich keine Lust mehr auf diesen Trash-Content hatte und habe. Deshalb wird es keine Deutschrap-Beefs mehr auf diesem Kanal geben. Genau so, Bruder, genau so. Dafür, also dafür habe ich Respekt auf jeden Fall. Weil, Digga, ja, das macht Klicks, ne? Das kriegt Aufmerksamkeit. Ähm, das polarisiert. Und es gibt aber schon genug Kanäle wie dieser Rap-Check zum Beispiel und so, die diese ganzen Beef, Trash, Müll machen und damit auch verantwortlich teilweise sind, dass Beefs sich aufschaukeln und dass diese negative Energy in der Szene größer wird und vorhanden ist. Und deswegen muss ich sagen, habe ich Respekt davor, wenn jemand sich entscheidet und sagt, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich will mich auf Dinge konzentrieren, die eventuell einen größeren Impact haben und die auch wirklich wichtig sind am Ende des Tages. Auf jeden Fall grundsätzlich erstmal Respekt der Flex-Doku, dass er da eine Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ne, Digga, den Trash mache ich nicht mehr mit. Und wir kümmern uns mal hier um die wirklichen, die, 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 die brisanten Themen. Dafür aber hundertmal bessere Content. Natürlich gibt es Leute, die nur wegen dem Deutschrap-Beef hier sind. Diese Leute muss ich enttäuschen, denn ab jetzt wird es kein Deutschrap-Content mehr geben. Tschüssi! Stark! Wenn ihr die abonnieren wollt, bitte macht das. Ich danke euch für die drei Jahre, die ihr da wart und meine Videos angeschaut habt. Auf jeden Fall lasst uns... Flex macht nächste Level. Sehr stark. Bruv, in drei Jahren auf Englisch. Dann geht's richtig los. ...im heutigen Video anfangen. Und zwar geht es um P. Diddy. Wer mal einen anderen Kanal verfolgt, weiß, dass in der letzten Zeit viele Klagen gegen Diddy eingereicht wurden. Darunter die Klage von Cassie Ventura und seinem ehemaligen Produzenten Rodney Jones. Wer es nicht mitbekommen hat, soll sich die zwei Videos in der Beschreibung anschauen. Kurz zusammengefasst. Zum Beispiel hat ihn Cassie beschuldigt, männliche Prostituierte bestellt zu haben, die etwas mit ihr machen sollten. Die Klage lautete... Das ist krass, Bruder. Der hat männliche Prostituierte bestellt, die dann mit ihr was machen sollten. Und hat sich dann wie ein Kack in die Ecke reingestellt und sich wahrscheinlich selbst befriedigt dabei so. Überleg mal. Diese Leute sind krank. Und ich sage dir, das hat auch oft mit Lack an Gottes Fichtigkeit zu tun. Und vor allen Dingen auch mit dieser ganzen Macht, die diese Menschen haben. Und diesem Geld. Weißt du, wenn du spirituell nicht gefestigt bist und nicht an Gott glaubst und dann noch so viel Macht und Geld bekommst. Bro, da ist ganz schnell kommen teuflische Gedanken in dich rein. Und du fängst an, teuflische Dinge zu tun. Und vor allen Dingen, du wirst merken, dass diese ganz normalen Sachen, wie den Lambo kaufen oder dein Geld auszugeben oder eine fette Party zu schmeißen, dich nicht mehr befriedigen und du dann das nächste Level haben möchtest. Das treibt viele dahin, dass sie dann irgendwann ganz kranken Scheiß machen, meiner Meinung nach. ...Körperverletzung. Einen Tag später einigten sich Cassie und Diddy außergerichtlich. Der Produzent von Diddy hat ebenfalls in einer 73-seitigen Klage schwere Anschuldigungen gegen Diddy erhoben. Er behauptete zum Beispiel, dass er Leuten Substanzen in die Getränke macht und sie, wenn sie bewusstlos sind, ver------- ticht. Andere Anschuldigungen waren, dass er was mit dem R'n'B-Sänger Ascher und dem Rapper Meek Mill hatte. Es gibt doch auch ein Video, ne? Das ist so krank, ja. Oder dass er unter 18-Jährige vermitteln würde. Außerdem soll er dem Produzenten ein Grammy versprochen haben... Irgendwas mit Justin Bieber war auch am Start, hab ich gehört. ...was mit ihm anfängt. Was ich in dem anderen Video nicht erwähnt habe, da es mir nicht aufgefallen ist, ist, dass behauptet wird, dass Ascher und Meek Mill etwas mit Minderjährigen hatten, die Diddy wahrscheinlich vermittelt hat. Auf jeden Fall wurde gestern eine Hausdurchsuchung wegen des Verdachtshandels durchgeführt, bei der man ihn nicht antreffen konnte. Krass. Man hat seine Söhne für eine kurze Zeit in Handschellen gelegt, sie aber dann wieder freigelassen. Zuerst wurde behauptet, dass Diddy auf der Flucht ist. Sein Privatjet wurde verfolgt und dieser war angeblich auf dem Weg nach Capet Verde. Digga, das ist voll der Film eigentlich, wenn du überlegst, ne? Er nannte in Westafrika, dass keinen Auslieferungsvertrag mit der USA hat. Doch ein bisschen später sind Aufnahmen aufgetaucht, die ihn in der USA zeigen. Es wurde noch kein Haftbefehl gegen ihn erlassen und er kann sich frei bewegen. Wahrscheinlich werden gerade Beweise gesammelt, um ihn richtig anklagen zu können. Auch wurde der angebliche Drogenkurier von Diddy in Miami festgenommen. Dieser Drogenkurier wurde auch in der 73-zeitigen Klage von Rodney Jones erwähnt. Diese Klage ist voll heftig. Die Candace Owens hat ein krasses Video darüber gemacht, was ich mir reingezogen habe. Also was da für Vorwürfe alle drinstehen, ne? Das sind jetzt keine Fakten, ne? Das sind Vorwürfe, aber was da alles drinsteht von Leuten, die halt wirklich mit im Team waren oder involviert waren, das ist ekelhaft. Dieser Mann soll laut der Anklage von Rodney Jones der Läufer von Diddy sein. Das ist halt meiner Meinung nach, der Diddy ist quasi der Epstein der Hip-Hop-Industrie in Amerika. Und ich sage dir, dass sie den wahrscheinlich auch einfach nur fallen gelassen haben jetzt, weil zu viele Sachen rausgekommen sind und jetzt sagen, komm, jetzt soll er einfach dran glauben, ist eh jetzt zu spät mäßig, weißt du? Bevor noch andere erwischt werden, lassen wir den jetzt einfach über die Klinge springen und machen unser Ding weiter. Also ihr könnt euch sicher sein, dass es definitiv mehrere Epsteens noch gibt, wahrscheinlich auch mehrere Inseln und auch noch mehrere Diddys. Glaubt mir das, Digga, das ist kein Einzelfall, das ist nur ein Fall, der rausgekommen ist. Tanzen und Waffen von Diddy an andere vermittelt. Brandon Paul wurde am Montag... Candace Ones ist eine Ehrenfrau. Ich liebe Candace Ones, ich schwöre. Flughafen Opaloka festgenommen. Nachdem die Polizei... Mieses Dislike auf jeden Fall an Daily Wire, die die gefeuert haben, weil die Israel-Palästina-technisch nicht auf dem Shapiro seiner Seite war, weißt du? Der auch Israeli ist, so mäßig. Voll whack. Voll whack. Übrigens habe ich gestern eine Umfrage gemacht am Beach, wo ich Menschen gefragt habe, what is a woman? Wer kennt diese Dokumentation von dem Matt Walsh, der auch bei Daily Wire ist? Der hat doch mal diese Dokumentation gemacht. Was ist eine Frau? Dann habe ich mir gedacht, daran angelehnt mache ich mal eine Umfrage. Weil heutzutage ist das ja nicht mehr so eindeutig, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. War lustig. Und dass er gerade mit Diddy besteigen wollte. Laut einem Polizeibericht, der in einer Zeitung vorliegt, wurden Substanzen bei ihm gefunden, wegen denen er letztendlich angeklebt wurde. Das Interessante an der Behauptung ist, dass ein Mann, der 2018 verhaftet wurde und Geschichten über Diddy erzählt hat, komischerweise auch erzählt hat, dass einige Rapper selber Dealer sind. Und dass sie erstens Werbung für die Substanzen in ihren Tracks machen und die Substanzen mit Privatjets durch das Land fliegen, um Kontrollen der DEA zu entgehen. Und zufälligerweise wurde der Mann mit diesen Substanzen erwischt, während er im Privatjet von Diddy einsteigen wollte. Bruder, das ist krass. Das höre ich zum ersten Mal jetzt gerade. Dass diese Hip-Hop-Agenda eine Agenda ist, um Drogen durch die Vereinigten Staaten zu bewegen. Die bewegen die Drogen mit Privatjets, weil die ja immer mit Privatjets von A nach B fliegen, so wirst du. Crazy. Hör ich zum ersten Mal gerade. They move all the dope, okay, all the dope on private jets, which don't get screened by, 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 by Customs, by, by DEA. Hier sind sie alle, Digga, hier. Rick Rose, Drake. Also Rick Rose sag ich der, ich hab den immer gefühlt, aber der ist mir auch suspicious auf jeden Fall. Ganz klar. Rick Rose McMeal. Inside the United States, okay, they move what's called high-grade power in DEA, they move cooking, and they move liquid cooking in their bottles too. Krass. Okay, so they put the liquid cooking in the bottles and they move. I've seen the liquid cooking, I've drank it myself. Auch bin ich gerade durch Reezy McAvelli auf ein Video gestoßen, in dem ein... Der hat das gesehen und selbst ausprobiert. I tried it myself, sagt der. Der angeblich Didis Nachbar sein soll, behauptet, dass nachts Büsse mit Kindern zu Didi nach Hause kommen. Das Thema unter 18... Büsse mit Kindern zu Didi... Oha. Der wurde auch in der Anklage des Produzenten erwähnt. Einer sagt, ich frag mich nur, warum kommt so viel auf einmal raus. Also es hat ja alles angefangen mit der Cassie-Klage, ne? Das war das erste Ding auf jeden Fall. Und wie ich schon gesagt habe, es kann möglich sein, weil dann kam dieser Rodney-Bruder mit diesem Dokument hier, mit dieser Klage quasi, mit diesen ganz vielen Punkten, mit Fotos, mit Videos und mit wirklich krassen Beschreibungen, was alles passiert ist und so. Und ich glaube, ab irgendeinem Punkt haben die Leute sich einfach gedacht, wir müssen den jetzt fallen lassen, so. Weißt du, wir müssen den aufgeben. Und vielleicht wird er ja auch verhaftet und stirbt dann mysteriös in seiner Zelle, weil er sich erhängt hat. So. Dann seht ihr die Parallelen ganz klar zu einem gewissen anderen Cousin, der eine Insel gehabt hat, wo ähnliche Scheiße gelaufen ist, so. Er sagte, dass die Partys von Didi immer voll mit unter 18-Jährigen waren. Ich bringe alle die Miner hier nach oben, genau in der Nacht. Ich bin gleich neben ihnen. Sie machen zu viel. Sie sind wie Busse, wie große Busse. Sie sehen, dass sie alle typischen Scheiße gelaufen sind. Es ist besonders am Abend, wie am 3 Uhr in der Morgen. Es geht wild. Krass. Ich bin sein Nachwuchs. Wenn mein Basketball geht, dann lasst er es weg, weil ich nicht will, wenn ich es weggekommen bin. Ob diese ganzen A- Entschuldigung, Stimmen wird sich nachher herausstellen. Bevor die Haustürstung bei Didi stattgefunden hat, hat er noch dieses Statement hier abgegeben. Genug ist genug. In den letzten paar Wochen habe ich stumm gesessen und zugesehen, wie Menschen versuchten, meinen Charakter zu ermorden. Mein Ruf und mein Erbe zu zerstören. Es wurden widerwärtige Anschuldigungen gegen mich erhoben. Von Leuten, die auf der Suche nach einem schnellen Zahltag sind. Lasst mich ganz klar sein. Ich habe nichts von dem Schrecklichen getan, was mir vorgeworfen wird. Ich werde für meinen Namen, meine Familie und für die Wahrheit kämpfen. Bruder, das Ding ist halt, dass deine Partys irgendwie dubios waren. Und dass jeder, der auf so einer Party mal gewesen ist, wusste, was ab einer bestimmten Uhrzeit da passiert. Auch Freunde von mir persönlich, das ist halt das Krasse. Ich kenne Menschen persönlich, die auf deinen Partys unterwegs waren. Cousin. Und das kannst du halt nicht von der Hand weisen. Also wie ich meine, da kannst du auch posten und sagen und machen und tun, was du möchtest. Ob das wirklich so tief geht, wie das hier in diesen Dokumenten beschrieben wird, weiß ich natürlich nicht so. Aber dass der Bruder auf jeden Fall komisch unterwegs war, auch in dieser homosexuelle Richtung und crazy Sachen, die ist das. Das ist auf jeden Fall Facts. Was denkt ihr über dieses Thema? Und denkt ihr, Diddy wird eine Haftstrafe bekommen? Schreibt es so in die Kommentare. Digga, die sagen es doch alle, Digga. Warum sollen die alle lügen, Digga? Jeder weiß das in Hollywood. Guck es dir an, Digga. Das ist Common Sense in Hollywood. In den USA generell. Wenn du ein bisschen einer warst, der ein bisschen was... Weißt du, jemanden kennst? Ich kenne halt einen hier in Tulum, der ist mit einem Rapper aus New York groß geworden und so. Und war dann halt auch immer auf diesen Partys unterwegs. Und der hat mir gesagt, ja, ganz klar, bro. Halbe Stunde bevor der Shit da losgeht, musst du abhauen. Wild. 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 Freunde, wie gesagt, das ist eine wilde Nummer, Alter. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir werden jetzt auch noch auf den zweiten Teil reagieren. Aber das in einem separaten Video dann hier auf YouTube online stellen. Deswegen hier erstmal Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch. Bis dahin. Peace out. Ciao.